Hallo. Und wir sind Neblander. Na ihr Kleine Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde QuickSG. Wir spielen auf dem GOMMA-HD-Server und zwar die Map Aztec. Mit dabei ist heute der Delizia. Hallo. Wir haben uns schon mal gefunden, das ist schon mal schön für ein Atem. Aber ich habe keine Waffe. Ich habe eine. Ich habe nur zwei Bögen. Ich laufe mit Bogen hinter dir her, Robert. Okay. Hast du noch eine Waffe? Nee. Komm schon, da war noch keiner. Nee, auch nicht. Da war noch keiner. Auch nicht. Los, den wir anschießen. Oh, ich hab den Kill. Yes. Ich hab den Kill bekommen. Hier. Oh nee, hier. Ach, ist der. Ach, ist der. Oh, nice. Die Waffe hast du, oder? Eine. Nee. Hier. Jetzt. Jetzt, jetzt. Okay, los. Attacke. Den da. Super, Kuru. Ich bin bei euch. Achso, oh sorry. Komm. Oh, ein Hit noch oder so. Oder zwei. Der hat vier Herzen. Boah, wie weißt du das? Der Mensch in den Kill. Darf man auf Komma nicht? Nee, darf man nicht? Nee. Hast du ja auch drin. Hast du ja bloß so gesagt. Du kannst das Send ihm geben. Ja, hast du geschätzt. So ungefähr vier Herzen, ne? Hätte ich dir auch sagen können. Guck mal, hier hab ich noch was Schönes für dich. Hat der noch Pfeile? Ja. 16. Ach da. Danke. Boah, ich komme mir gut gerüstet vor. Das sieht gut aus. Nee, ich hab ein Steinschwert. Okay. Konnten ab jetzt aber noch nicht gucken können. Hier? Oh, die prügeln sich. Nice. Da machen wir mit. Da sind wir dabei. Da ist es prima. Ein. Ja. Der andere. Oh, der ist Hugh Storm. Platsch. Und jetzt nur noch ein Gegner. Noch ein Diahannisch hier. Nee, wir sind zu dritt noch. Hast du jetzt ein besseres Schwert? Ich hab immer noch nur Holzstatter. Ich hab ein Steinschwert. Steinschwert, Steinschwert. Da, ich hab drei Steinschwerter liegen. Nein, nein, nein. Nee, da steht noch Turtex. Turtex. Aber, nee. Da sind auch drei standen im Chat. Hat einer eine Angel? Wir drei, ja. Nee. Bei mir steht noch einer mehr, aber... Das ist ja scheiß... Das ist ja scheiß egal. Mach mal ein Deadmatch, oder was? Ja, ja, wir machen dann ein Deadmatch. Dann alle gegen alle und mit allem, was ihr so habt. Ich hab keine Angel, ich würde dir jetzt auch keine geben. Ich hab eine, aber ich geh damit nicht um. Dann gib's ihm doch. Ja. Dem alten Pink-Player. Ich wollte auch mal sowas sagen, das sagen auch mal alle. Aber schön, dass wir die Map zumindest schon mal abhaken können. Wohl. Wenn Pukki gewinnt, oder... Das... Ich will nicht in die Mitte! Klar, in der Mitte ist schön, Robert. Ja! Oh! Ich hab dir grad den Arsch gerettet. Alter, ich treff den! Nein! Oh! War das knapp. Mann! Ja! 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 Hast du einen Kanal? Ja! Der ist in der Videobeschreibung. Wir verabschiedeln uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Kleine! Tschüss! Tschüss! ruined etiquetteźf! Fangen im Zufoku an mitcohlen! Osóöööööööööölöööööö... Fantastic!